Ja, kurz nach den Showdowns, jetzt wartest du noch auf Fototermine, aber es ist eigentlich alles gelaufen für heute. Und nachdem jetzt alles gelaufen ist und es war ziemlich abgefahren, dann erzähl doch du mal was deinen Fans. Ja, es war ziemlich abgespult, was da abgegangen ist. Ich bin jetzt auch ziemlich durch, muss jetzt noch ein Fotoshooting machen. Ab meinem 35. Whisky-Cola, die achte Schachtel Zigaretten geraucht, viel von meinem Hamster erzählt, aber da werdet ihr noch mehr drüber hören. Ja, in den Live-Shows werde ich mir was ganz Besonderes ausdenken. Vielleicht mit einem Wikinger-Helm auf die Bühne kommen oder so. Ein Bart kämen. Ein Bart kämen, immer kämen, nicht schämen. Nicht schämen, hier Steve, weißt Bescheid. Ja, und jetzt geht es gleich zum Fotoshooting, zu solch unmenschlich, unchristlicher Stunde. Ja, wie spät haben wir denn jetzt eigentlich? 0.05 Uhr ungefähr, ich kann es nicht abschätzen. Okay, gut, dann wink doch nochmal in die Kamera für deine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wo willst du hin? Mal kurz meine Familie zu sagen, die verpissen sich dann natürlich jetzt. Wo verpisst ihr euch denn hin? Im Hotel, schlafen. Ah, okay, ja, mach das. Kommst du denn gleich wieder zurück, weil du bist denn gleich dran? Bitte. Wir ziehen das durch, ne? Ciao. Ja, ja. Oh, diesmal drücken. Ich bin im Recall, wa? Hier wieder ziehen, also ich verstehe das System nicht. Wuh, Andi! Wuh, du musst umringt herkommen. Die Farah muss dich kurz mal in den Arm nehmen, das ist die aller allerbeste Freundin von Violetta. Ein totaler Fan. Wirklich? Ja, wie hat die Mann auch so tut, dass du die geweiht hast? Ja! Das ist besser für alles. Das ist für jetzt. Du hast jetzt die Nasejagke. Ich hab geweiht, also die rollt immer. Die rollt gleich bei der, das ist normal. Ich hab's halt gefühlt. Ihr wart's im Publikum, gell? Ja. Ja, aber geil, hab ich gesehen. Sehr geil. Ein Tod aus Gewalt. Ja, aber geil. Du bist echt Hammer. Du hast deinen größten Fein gefunden, Andri. Du hast schon drei, ein, zwei, drei. Echt Hammer. Okay. Bitteschön. Du hast dreimal Zugabe gegeben, ne? Mach doch keine Faxen, ey. Wird hier noch geleuchtet, oder? Ja. Willkommen? Sieht's gut hier, oder? Ha, 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 ha.